ja im wunderschönen brechigen herzlich willkommen bei samanmara wir haben letztens sehr oft gehört und es ist immer noch heiß wir haben bis jetzt den sonntag und mir schwitzt alles die kümmer runter ich denke mal euch oder ihr fühlt genau das gleiche wie ich aber okay so das wird schon irgendwie und wie das gleiche problem manchmal rennt sie manchmal ein ziemlich ob sie keinen bock dazu hat ich weiß es nicht ich verstehe das nicht weil wir zum licht gehen ich habe keine ahnung was hier wieder passiert was ist es ist das jetzt irgendwie so ein tintenfisch oder was soll das sein jetzt schlafen gehen alles klar das jetzt schon wieder kommt das wieder zurück oder was ach so ich dachte ich soll jetzt schlafen gehen also jetzt hier manuell und so so ernten sehr schön sehr viele karotters vier stück kriege ich immer okay und gibt es auch manchmal mehr gut dann haben wir den haben wir gehen haben wir sehr schön okay ich kann nichts denken wir da müsste ich wahrscheinlich einkaufen gehen ich kann es mir also vorstellen dass ich irgendwie keine ahnung wenn sie hat er gesagt es gibt es noch andere inseln dass ich hier dort saatgut wahrscheinlich kaufen ich hoffe es gibt es noch mehr als hier nur karotten und sowas also so was wie und schlüssel hier zur musik ich höre gerade musik also das spiel wenn man hier könnte man die musik vielleicht mal wer geht gar nicht mehr okay egal was uns aufgebaut spreche mit einer puppe für nächsten auftrag wer ist wo ist sie denn da wer ist denn apropos ist das der frosch oder was hast du dich verirrt ach so okay gut dass ich noch eins habe anscheinend doch aber irgendwie kann sie nicht reden ja erst wo weiß dass ich darin herum wählen sollte andererseits ist es ja ein notfall ok sei denn schlüsse ok alles klar gucken wir mal viele viele buntes martis ich weiß nicht wie ich darauf kommen aber okay und alt ist auch hier sind ein paar von jahren hier hat sie eine adresse und einen namen aufgeschrieben das sei mir leuchtung von quelle ist gehört hier sind noch mehr namen aber sie wurden durchgeschrieben egal mal sehen hier sind die wachstifte jetzt muss ich noch eine tafel anfertigen auf der mann machen kann noch mal ernsthaft als kranke brett unter brett ok bräuchte noch mal zweimal wird 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 dann schnell dicker fetter baum hier kommt bestimmt mal mehr raus als zwei oder ne wieder so wenig kann ich den ganzen wald roden und dann irgendwie perfekt also essen hier regen wasser jahre kommen die regen wasser dann sollte man immer regnen welche alle bäume voll ballern weiß man weiß ob man ist wie wo hier regnet sag mal bitte bescheid es kommt sie da nicht hin und sagt jetzt muss ich wirklich so rüber laufen ausruhen und wer es kann sie ach so ist das so ein zapfen kann ich von hier besser rüber kommen war ja fast daneben toll lasst mich nachdenken ich habe so viele fragen dass ich nicht weiß wo ich anfangen soll ok magst du schokolade ja anscheinend ja alle kann gut zeichnen war weißt du wie du wieder zurück nach hause kommst ach so wegschiffen ok ach so ein wenn ich um ich 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 Ok, neben den alten Tag und geh dann zu einer Poposquelle, ok. Da bin ich aber gespannt, das kann ich wahrscheinlich mit dem Boot her und her schiffen. Warum willst du nicht sprinten? Die ist nicht mehr da, ok. Da können wir ein bisschen Ohrsaft holen. Lassen wir mal ein paar Beeren. Sind hier wieder Steine? Oh, hier sind wieder Steine, sehr gut. Wofür brauche ich das denn überhaupt? Quelle? Ah ne, das war doch da hinten. Ich muss einmal hier durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Steine haben wir hier. Oh, die Quelle ist wieder da. Jawoll, läuft bei dir. Oh, wer bist du? Was? Einer von... Hä? Hä? Du hast ein neues Bauelement. Du hast ein neues Rezept. Repariere Jaya's Haku's Boot. Okay. Warte mal, kann ich denn hier... Ich brauche bestimmt erstmal Material. Na, sie hat gesagt, wir brauchen Holz. Oh, kann ich die ganze Insel roden oder wie? Na, bin ich mal gespannt. Erstmal alles hier weg machen. Also spawnen die wahrscheinlich immer so alle zwei Tage. Denke ich mal. Hoffe ich. Keine Ahnung. Was weiß ich. So, dann schauen wir mal, was brauchen wir denn hier alles jetzt? Ähm, gehen wir mal zum Bot. Bauen. Also das habe ich Holzbauricht und ein Ruder. Das heißt, wir brauchen sehr viel Holz. Okay. So, dann schauen wir mal. Bauen. Akzeptieren. Okay. Okay. Oh! Um... 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 Einfacher Rucksack, okay. Ich baue mein Segel nordwärts und du wirst die Quelle nordwärts, okay. Ach so, ja, sie war ja leicht müde. Okay, jetzt habe ich einen Rucksack. Aber es regnet einfach nicht. Gut, Felder kann ich sowieso nicht sehen, weil ich sowieso nichts habe. Bis auf die Bäume. Aber... Warte mal, ich konnte doch bauen. Bretter, jo. Kann ich das etwa hier unten reparieren oder was? Ach so. Da brauche ich Bretter. Naja, das Problem ist halt nur, dass ich nicht mehr so viel Holz habe. Und es regnet hier auch nicht. Irgendwie. Ich müsste mal gucken, dass es hier mal... Ich muss mal beobachten, ob es hier irgendwo mal Regen kommt. Das wäre irgendwie gut zu wissen, weil... Äh... Sonst wäre es halt ein bisschen blöd. So... Haben wir hier noch irgendwas? Dann würde ich dann demnächst mal hier die ganzen Bäume mal anpflanzen. Also hier so die Richtung wahrscheinlich mal einschlagen. Damit ich jetzt mal genug Bäume habe, um die ganzen... Sachen hier zu bauen. Weil ich habe noch einen Eimer. Das wird... Äh... Schwierig. Aber egal. Dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Prächtigen. Und sage jetzt schön mit euer Keule. Äh... Ciao, ciao.